Als Richter urteile ich über eiskalte Mörder, brutale Vergewaltiger und unrechtbare Choleriker, die plötzlich ausrasten. So mancher verzeiht mir sicherlich nie, dass ich ihn ins Gefängnis gebracht habe. Diesmal scheint einer wirklich auf Wache zu sinnen. Koste es, was es wolle. Was machen Sie da? Ich so, halten Sie mir fest. Was haben Sie vor? Ich bin Alexander Holt und dieses Mal kämpfe ich um mein eigenes Leben. Ich muss mich selbst retten und in Sicherheit bringen. Richter Alexander Holt musste den 18-jährigen Luca Bayer wegen diverser Einbrüche und Drogenbesitzes zu Sozialstunden verurteilen. Damit er auf den rechten Weg zurückkommt, hat Holt ihm einen Ausbildungsplatz in der Gärtnerei von Unter Heinrich vermittelt.